Hey, hier ist Rania und ihr seht euch. Wir spielen heute zwei Spieler-Teamwork-Puzzles hier in Roblox. Wir müssen hier kleine Rätsel-Obbys lösen, aber halt nicht alleine, sondern mit der Hilfe von unseren Freunden. Also in deinem Fall mit mir, mit meiner Hilfe. Ich werde dir helfen. Kein Problem. Du bist ja noch Anfängerin. Ich bin noch Sieger 1. Ja, na klar. Oh, warte, ich bin hier ein Schritt auf Rot. Okay, ich gehe durch. Zack, zack, zack. Richtig. Ich drücke hier an die Wand, um dich durchzulassen. Ich bin vielleicht da. Ach, wir spielen hier mit vielen anderen Leuten. Okay, dann... Yeah. Hey, die hat mich einfach fallen lassen. Die hat uns geteamt beim Baiter. Die hat uns überhaupt nicht gepuzzelt. Was soll das denn? Ja, ich finde es nett, dass sie auch durchlässt. Okay. Weißt du was? Ich stelle mich jetzt auf. Du stellst dich da drauf. Dankeschön. Nein, die hat mich geblögt. Ja. Die hat mich geblögt. Oh, warte, warte, warte. So, jetzt komm hier mal mit rüber, okay? Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Teamwork-Puzzler auf den ganzen Fallen. Ich weiß nicht, heute ist es der Wunsch. Wie wär's, wenn du dich auf das Gelbe stellen? Ich stelle mich auf das Gelbe. Ja, und ich, ähm... Und du haust einfach ab. Darf ich mich auf das Gelbe? Komm rüber. Okay, warte, diesmal kniffliger Sprung. Ey, das ist eine große Lücke. Sag, was du möchtest, aber das ist eine große Lücke. Und jetzt Lila. Let's go. Perfekt. Guck mal, die können dich schubsen. Das ist gefährlich. Die können dich hier unterstützen. Die haben dir geholfen. Nein, 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 die wollte mich runterstürzen. Ja, vielleicht hattest du es ja verdient. Nein. So, jetzt komm rüber, hier. Ich hatte es gar nicht verdient. Und jetzt müssen wir hier über die Köpfe springen. Ich springe auf jemandes Kopf. Oh, und dann kann ich hier die Leiter klettern. Zack, 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 zack. Und dann fang. Wir haben es geschafft, das Tutorial. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Siege zwei. Ach, du hast auch nur das Tutorial gemacht bisher. Was? Das stimmt doch gar nicht. Es steht nur zwei Siege. Und das Tutorial zählt jetzt ein Sieg. Ey, nein, ich habe schon viele Siege. Ich habe die nur eingetauscht. Ich habe die nur eingetauscht. Ah, ja, das würde ich auch sagen. Ach, warte, das können wir doch gar nicht machen. Gleichgewicht. Du kannst es nicht machen. Ich schon. Ach, so. Na gut. Okay, warte, du stellst dich auf den blauen Blob. Oh, warte, nur eine halbe Sekunde. Was machst du denn da? Du bist links und ich rechts. Okay, und jetzt müssen wir zusammen rüber. Ah, manchmal bleibt mein Charakter stehen. Hast du es geschafft? Nee, natürlich nicht. Wieso bleibt der manchmal stehen? Muss ich die ganze Zeit B drücken? Jetzt geh. Ich hüpfe. Hä, aber das ist bei dir auch so? Oh, die hat mich hochgewustet. Ja, das muss ich halt mit klarkommen. Dann kann man hier die Treppe machen. Hier so. Ah, danke schön. Da drüben macht jemand den grünen Bereich. Und dann müssen wir hier rüber hüpfen. Guck mal. Mhm. Oh, was ist da drüben? Ja. Und dann weiß aktivieren. Und jetzt zum Ziel. Los. Ich bin beim Ziel. Kommst du zurück? Yeah, ich bin hier. Ich habe hier gar nichts machen müssen. Ich bin einfach nur durchgelaufen. Nice. Okay. Es läuft jetzt deutlich besser auch, nachdem ich nicht mehr die ganze Zeit sterbe. Würde ich einfach mal behaupten. Komm, Nummer drei. Aber jetzt ist es schon mittel, ja? Das ist schon nicht mehr so einfach, Ronja. Okay. Ich bin trotzdem ein bisschen mit der Steuerung tricky. Du bleibst auf... Nee, die bleibt auf dem Knopf stehen. Bleibt irgendjemand auf dem Knopf stehen? Ist das wirklich schwierig? Ja, ja. Hier ist es wirklich schwierig. Alle müssen durch. Dann muss sie einmal vom Knopf gehen. Komm einfach hoch. Ich kann nicht nach vorne springen. Hä? Nein, nein, nein. Das ist irgendwas mit der Steuerung. Das ist... Ich drücke meine Tasten. Das ist wirklich gar nicht das Ding. Irgendwas stimmt hier nicht. Heimtückisch, würde ich sagen. Hallo? So? Ah, okay. Warte. Sie muss drauf. Nein, nein, nein. Ronja. Ronja. Diese Treppen, die gehen nacheinander an. Guck mal. Du drückst das hier, dann geht die Treppe an. Dann gehst du nochmal, dann geht eine andere an. Was machst du denn da? Ich dachte, ich springe. Also theoretisch, wenn jetzt keiner raufläuft, aber die Leute laufen halt immer auf den Knopf drauf, obwohl sie es nicht sollen. Ich kann dir das machen, dass du durchkommst, aber... Ja, jetzt geht... Oh mein Gott, schon wieder. Ne, achso, sind oben noch mehr grüne Knöpfe? Ne, ja, ja, oben ist glaube ich auch noch einer. Ja, ja, die geht auch die ganze Zeit drauf. Sie geht oben drauf. Oh nein. Oh nein. Oh Leute, warum macht sie das? Wie sollen wir denn so die Teamwork-Puzzles meistern? Aber oben ist jetzt keiner mehr. Oben ist keiner mehr? Also theoretisch, wenn die jetzt hier aufhören, da rumzuspringen, würde das funktionieren. Okay, ja, 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 wir haben es, wir haben es. Okay. Ich glaube, ich darf nicht gegen andere Leute laufen, weil irgendwie macht das meine Steuerung aktiv kaputt. Jetzt. Okay. Okay, nächste. Die Kiste. Das läuft ganz gut. Okay, ja, nächste. Okay, sie geht wieder rauf. Yeah, yes. Ich glaube, wir kriegen es hin. Oh mein Gott, endlich jemand, der es kann. Ich weiß nicht, ich bin hier so am Kämpfen mit der Steuerung. Oh mein Gott. Okay, letzte Treppe. Letzte Treppe. Oh mein Gott. Wir schaffen das. Yeah. Nein. Nein. Ich bin der schlechteste Teamwork-Puzzle auf der Welt. Oh nein. So. Okay, lauf, 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 lauf. Yeah. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Endlich. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Let's go. Jetzt lasse ich die Leute durch. Nicht auf das Ding laufen, jetzt. Okay, warte. Ich habe ein bisschen Angst bei ihr, dass sie das nicht stickt mit dem Gelben. Ähm, ich gehe mal kurz hier rüber. Oh mein Gott. Warum vertraue ich ihr? Warum? Warum? Warum, Isi? Warum vertraue ich ihr? Ich habe keine Ahnung, warum du das getan hast. Aber komm, ich halte die Treppe auf. Kannst du hochkommen? Okay, danke. Lauf, 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 lauf. Ich laufe. Lauf, lauf, lauf. Okay, nächste. So einfach ist das nämlich, Ronja. So einfach ist das. Ja, guck mal. Wenn keiner jetzt hier... Dann kriegt man das... Ja. Locker, Isi, gar kein Problem. Zu viel Teamwork ist auch nicht gut. So, ich gehe jetzt mal auf diesen gelben Knopf, ja? Willst du das wirklich riskieren? Nein. Ja, okay, mach. Nein, ich will nicht. Soll ich das machen? Ja, bitte. Ich habe große Angst. Ich werde sonst stürzen. Ich habe auch richtig Angst hier gerade. Ey, dass man auch keinen Zwischenspawnpunkt kriegt, finde ich, hart. Du musst da drauf stehen bleiben, glaube ich, oder? Ich muss da drauf auch noch stehen bleiben? Ja. Oh, Leute, das dürfte nicht wahr sein. Okay, dann gehen. Okay, danke. Dann gehe ich jetzt nur hier auf diese Lila. Der Lila, der hätte die auch aufgehalten. Ja, aber dem vertraue ich nicht. Obwohl, doch, dem kannst du vertrauen. Der hat mir auch mit den Treppen geholfen. Der hat nicht. Jaja, jetzt müsste einer Lila drücken. Bitte, 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 hallo. Hallo. Macht er was? Nee, ich gehe einfach kurz auf Lila. Nee, er geht auf Lila. Okay, er geht auf Lila. Ja. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Oh, richtig nett von dir. Okay, jetzt geht es hier runter. Ich stelle mich mal hier auf den Knopf. Du musst auch drauf. Alle erst mal. Ich will Lila durchlassen, damit die Leute auch durchkommen. Oh, ja, ja, natürlich. Ja, der eine will nicht, okay. Der eine hilft, glaube ich, gerade den anderen mit den Treppen. Ja. Und jetzt müssen wir hier rauf gehen. Okay, jetzt hier drauf. Und jetzt hier einfach runter. Es geht. Ja, endlich. Oh mein Gott. Geschafft. Was ist das? Vier Gems. Für vier Gems? Man kriegt ein Ei. Warte, was kann ich hier rauskriegen? E-R-T steht hier. Ich habe jetzt E gedrückt. Ja, sehr gut. Was hast du bekommen? Erdending. Sie warte, Haustiere. Ich rüste es aus. Ja. Am besten ausrüsten. Wo bist du? Haustier. Man sieht die nicht, aber sie sind weg. Ausrüsten. Aber man sieht die nicht. Die können nicht hinter dir herlaufen. Nee. Aber der ist ja süß. Was macht der? Plus eins Geschwindigkeit. Und 20% Edelsteine. Yeah. Finde ich gut, oder? Edel. Okay. Gar nicht schlecht. Wollen wir das nächste Level machen? Yes. Oh, was ist das nächste? Lava. Okay. Dann. Ah, nee, was ist das Level 14? Da kann ich gar nicht rein. Du kannst Lava ab und zu. Wie, du kannst da noch nicht rein. Oder? Doch, kann ich. Hä? Doch. So kann ich Level 14. Macht gar keinen Sinn für mich. Wir müssen gleichzeitig drauf. Geh mal rechts. Okay. Okay, und jetzt zieh rüber. Oh Gott. Einfach rüber springen, solange die Dinger noch da sind. Ja, ja, klar. Gar kein Problem. Eins, zwei. Los, komm runter. Ja, ich renne, ich renne. Juppie. Okay. Okay, okay. Der linke Weg ist richtig. Stell dich mal rauf auf das Ding. Auf das Weiße. Stell dich drauf, ja. Auf das Weiße. Ja, und wir laufen jetzt. Und jetzt können wir auf das Weiße gehen und du kannst durchkommen. Kann ich den rechten Weg gehen? Der linke Weg, der linke Weg. Nein. Nein, nein, beeil dich. Oh. Bist du runtergegangen? Ich habe falsch gesagt. Okay, nochmal. Okay, komm. Wir müssen uns bei dem Level richtig beeilen, weil die Lava steigt, okay? Oh, was? Okay, ich habe es verhauen. Ich habe gefailt. Okay. Dann lass nochmal sterben gehen, alle beide. Okay. Und neu anfangen. Okay. Geh du rechts, ich links. Mhm. Geh rechts, geh rechts. Okay, und go. Ah. Okay, und jetzt mach mir einfach alles nach, okay? Ich versuche es ja. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Geh links lang. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, schon wieder, Ronja? Ja. So stirbst du dir die ganze Zeit. Es ist wirklich die Steuerung. Lass nochmal sterben gehen, sterben gehen, komm. Sterben gehen? Nicht rauf gehen, sondern sterben, genau. Okay. Okay, und jetzt gehst du rechts. Okay, ich bin drauf. Okay, und jetzt rüber hüpfen. Okay. Komm schon, nicht fehlen. Ich bin so gestresst hier. Jetzt geh den linken Weg lang. Linken Weg lang und jump und jump. Und jetzt fähre ich auf das Ding. Okay, jetzt auf das Weiße. Okay, perfekt. Ich bin drüben. Also, ich kann doch auf den Rechten. Jetzt müssen wir auf das hier gehen. Okay. Und komm her, komm her, schnell. Wir müssen springen. Springen. Über unsere Köpfe. Ja, bleib stehen. Okay. So. Jump. Jump, Ronja. Okay, ich bin oben. Ich mach dir die Treppe. Geh auf das Gelbe. Geh auf das Gelbe. Nein, nein, nein. Nicht hochkommen. Geh auf das Gelbe unten. Auf das Gelbe. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ja, ich bin auf die Leiter. Und jetzt komm auf die Leiter. Auf die Leiter. Auf die Leiter. Stell die Leiter hoch. Run dir auf die Leiter hoch. Ich war nicht. Oh, ich hab mich so so Drip-San. What? Nein, du bist nicht auf dem Gelben. Ich war auf dem Gelben. Oh, mein Gott. Du warst nicht richtig auf dem Gelben. Ronja, geh sterben. Wir müssen es nochmal machen. Nein, was? Du warst nicht richtig drauf. Okay, let's go. Oh, mein Gott. Ich bin gestorben. Nein. Okay, dann nochmal rein. Egal, egal. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Ach, warte. Ich bin auch gestorben. Okay, komm. Let's go. Komm. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Dieses Mal. Ich hab ein gutes Gefühl bei unserem Run. Okay, ich geh auf das. Ich glaube, okay. Okay, dann bleibst du stehen. Und dann gehst du über den rechten Weg. Und zwar jetzt. Okay? Okay, okay, okay. Let's go. Perfekt. Ich geh auf den gelben Knopf. Nein, nein. An die Wand, Ronja. An die Wand. Und spring. Oh, jetzt sind beide oben. Geh auf gelb. Geh unten auf gelb. Geh unten auf gelb. Ganz richtig. Ja. Und richtig. Und jetzt geh dich auf die Treppe. Die Leiter hoch. Leiter hoch. Ja. Leiter hoch. Ja. Okay, perfekt. Und jetzt schnell mit mir mitkommen. Oh, mein Gott. Eine Sekunde. Das schaffen wir nicht. Nein. Warte. Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Nein. Nein, du bist nicht wirklich auf das Rote gekommen, Ronja. Warum? Nein. Es tut mir so leid. Oh, mein Gott. Leute, es ist schwierig. Okay, es ist deutlich schwieriger, als es aussieht. Ich verspreche. Ich bin der schlechteste Spiel in der Welt. Ich glaube, das bist du wirklich, Ronja. Ich kann nicht mal die Sterne auf meine Natur schieben. Die ist neu. Die ist schön. Oh, mein Gott. Der hat mich geschubst. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mich selber geschubst. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage es dir. Warte, wir müssen sterben, oder? Nein, eigentlich nicht. Komm einfach rüber. Oh, okay. Rüber, komm. Rüber, komm. Okay, jetzt gehst du den linken Weg lang. Aha. Und jetzt stellst du dich auf das Weiße. Ich stehe auf dem Weißen. Danach schnell springe auf deinen Teamkollegen. Jetzt schnell springen bis in oben. Jetzt drückst du das Gelbe. Nicht vergessen. Du musst das Gelbe drücken. Und jetzt das Gelbe hochkommen. Ich drücke das Gelbe. Jetzt hoch. Ruhig, zack, 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 zack. Und beeilung. Und so schnell wie möglich jetzt hier rüber. Ohne rot zu berühren. Ja. Okay. Okay. Ohne rot. Let's go. Wir haben es geschafft. Das ist so der stressigste Part von meinem Leben. Okay. Okay. Let's go. Und jetzt hoch. Und jetzt wird es richtig schwer. Ich wünschte halt, hier wären keine anderen Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Nee, nee. Lass sie laufen. Lass sie laufen. Oh mein Gott. Wie bin ich so schlecht in diesem Spiel? Teleport back to way or way. Ja, ich gebe da jetzt Robux aus. Fürs ist mir egal. Ich mache den Anfang nicht nochmal. So. Ja. Nein. Ich fühle mich so. Der hatte mich auf den Knopf. Weißt du, was ich meine? Der hat mich dahin gemacht, wo ich war. Und dann hat er mich auf den Dings. Okay, ich gräme mich nur ein bisschen, aber keine Sorge. Mittlerweile ist die Lobby auch so voll. Ich will einfach nicht mehr. Ich will nach Hause. Lass mich raus. Lass mich raus. Zurück. Ich will nach Hause. Lass die Lobby gehen. Ist das so unmerklich? Ich weiß nicht, wie es ist. Ich bin der schlechteste Obby-Mensch auf der ganzen Welt. Ich bin die schlechteste Person für zwei Spiele Teamwork Puzzle. Das gibt es ja nicht. Ich habe mich zum Bein gebracht, Ronja, zum Bein. Ich lasse dir nicht. Es tut mir leid. Okay. Leute, ich habe es versucht, okay? Ich habe versucht, nicht das Gewicht zu sein. Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Wenn ihr erfolgreicher seid in zwei Spiele Teamwork Puzzles, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jede Tipps sind sehr appreciated. Dankeschön. Das war es für den Video. Wenn es sich gefallen hat, lass einen Daumen hoch. Dann schaut mir die Ski vorbei. Und dann sehen wir uns im Nächsten. Ciao. Tschüss.